Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal GutWetterFabrik. Dieses Mal möchten wir über die tragbare Powerstation von EcoFlow sprechen und versuchen, euch alle Features näher zu bringen. Hierzu haben wir diverse externe Daten analysiert und Expertenmeinungen ausgewertet. Wie immer haben wir für euch das beste aktuelle Angebot herausgesucht. Schaut dazu einfach in die Videobeschreibung, um alle Informationen zu diesem Thema zu bekommen. Dort könnt ihr euch auch gleich den günstigsten Preis, den wir gefunden haben, sichern. Es lohnt sich also, vorbeizuschauen. Wir sind jeden Tag an unterschiedliche elektrische Geräte angewiesen, die tägliche Ladung benötigen. Stromausfälle und Reisen oder Ausflüge stellen uns deswegen oft vor eine Herausforderung, unsere Elektronik mit ausreichend Strom zu versorgen. Abhilfe versprechen tragbare Generatoren, die unverzichtbar geworden sind, um kontinuierlichen Strom zu gewährleisten. Die tragbare Powerstation von EcoFlow ist mehr als ein einfacher Solargenerator, denn sie hat gleich mehrere Lademethoden und ist ausgestattet mit erweiterbarer Kapazität. Somit können zwei zusätzliche Akkus angeschlossen werden, um eine Kapazität von bis zu 6000 Kilowattstunden zu erzeugen. Lade die Powerstation mit dem Wechselstrom, dem Solarmodul oder dem EcoFlow Smartgenerator auf. In nur einer Stunde kann man sie über die Steckdose bis zu 80% aufladen. Mit Dual Charging lässt sich der Wechselstrom mit dem Smartgenerator kombinieren. Für den Einsatz im Freien, für Reisen oder Campingausflüge nutze das Solarmodul und den Wechselstrom oder das Solarmodul und den Smartgenerator. Die 2000 Watt Ausgangsleistung versorgt problemlos bis zu 13 Geräte gleichzeitig. Die tragbare Powerstation von EcoFlow ist auch ein idealer Stromgenerator für die Notstromversorgung. Die Maschine verfügt außerdem über einen Batterie-Management-Schutz, mit dem man Spannung, Strom, Kurzschluss und Temperatur in Echtzeit überwachen kann. Ich hoffe, wir konnten euch die Funktionen der tragbaren Powerstation von EcoFlow näher bringen. Schaut am besten in unsere Videobeschreibung rein, denn dort findet ihr mehr Infos und den Link zu diesem Produkt. Über ein Like, Kommentar sowie ein Abo würden wir uns natürlich sehr freuen. Bis zum nächsten Video auf Gutwetterfabrik.